Sie könnten Lehrer, Buchhalter und Luft- und Raumfahrtingenieure sein. Und auch wenn die Landwirtschaft nicht ihre einzige Option ist, es ist ihre wahre Berufung. Das Bedürfnis, etwas wachsen zu lassen. Pflanzen, Familien, Gemeinschaften. Die Arbeit ist niemals abgeschlossen. Vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung. Saison für Saison. Landwirte sind vielseitige Multitalente. Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und behalten den Überblick. Sie sind Mechaniker, Erfinder und sie sind Kenner Schwergergeräte. Sie sind Agrarexperten, sie sind Hausmeister und Philosophen. Landwirtschaft ist nicht einfach, komfortabel oder fair. Aber sie tun es für das Land, für ihre Familien und Kinder, für ihr Erbe und um die Welt zu ernähren. Sie tun es aus Liebe für die Landwirtschaft. Für alles, was ihr leistet. Danke.